der war sauber perfekt wollte sagen weil jetzt war es ein richtig gutes gefühl ja der sah auch richtig top aus jetzt da beicht die sich jetzt schon wieder an diesen kleinen puckel auf hier das gibt es doch nicht kannst kommen sauber ich hab sie ja 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 dann komm lass uns noch mal hoch Ich weiß nicht, ich bin für Uden, genau. Hier bin ich! Da ist er! Ich hab den Sattel noch oben! Juhu! Hallo! Juhu! Juhu! Das zieht sich ja drüber weg! Ja klar! Schön, aber du hast mich jetzt ausgebrennt! Ja, das hab ich dir vorher gesagt! Denk dran, dass ich am Ende brennt würde! Hab ich gesagt! Ja! Aber fahr nicht von da an! Fahr lieber dann von hier an und fädel dann ein! Du brauchst ja nicht mit Speed da rein fahren! Brauchst du nicht! Du fährst ganz schön! Aber dann ist genug Leute! Ja! So, ich fahr vor! Ich weiß nicht, ob ich folge! Aber geh bloß unten weg! Du darfst mir noch nicht folgen! Ich muss dich doch aufnehmen! Das hatte ich jetzt weniger im Kopf gehabt! Wenn du so gefahren bist, sagst du ja, die war ja witzlos! Ja, fahr! Also die Kamera läuft! Ich fahr sie jetzt so an, wie ich dir empfehle! Hier hin! Und dann einfach rum! Kannst kommen! Kannst kommen! Sauber! Und weiter! Geht nicht, geht's nicht! Da ist er! Da ist er! Da ist er! Vielen Dank für's Zuschauen! Juhu! Hab ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag? Wir sehen! Das war es, dass ich nicht anspr21. Wir sehen uns beim nächsten Mal etwas. Ich gehe nicht auf die Pause. Ich habe gesagt, dass ich sorge, warum ich nicht anspr21 weil ich mache! Untertitelung des ZDF, 2020